Stadthron AG, der Partner für unterbrechungsfreie Stromversorgung. Seit mehr als 45 Jahren steht Stadthron AG für Schweizer Werte wie Qualität, Zuverlässigkeit, Innovation und technische Exzellenz. Wir produzieren zuverlässige, unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen aus dem Aargau für die gesamte Welt. Mehr als 30'000 USV-Anlagen und Batteriesysteme sind in über 100 Ländern bei über 3'000 Kunden im Einsatz und ermöglichen zuverlässige Stromversorgung in kritischen Anwendungen wie Kraftwerke, Energieversorgungsnetze, Flughäfen, Spitäler, Tunnels und viel mehr. Die Stadthron AG setzt auf Kundennähe und hat daher ein dichtes Netz an Niederlassungen in der Schweiz und der ganzen Welt aufgebaut. Neben den USV-Anlagen ist sie auch ein wichtiger Anbieter von Energiespeichersystemen und bietet ein breites Spektrum an Lösungen an. Die Stadthron ist stolz auf ihren Standort Aargau und positioniert sich als innovativer Partner für ihre Kundschaft. Die Stadthron AG ist ein wichtiger Anbieter von Energiespeichersystemen und die Stadthron AG.